Wie waren die Anfänge? Erzähl mal. Hab Umzüge gemacht, Möbel getragen oder auch im Copyshop gearbeitet oder auch mal bei Edeka Regale eingeräumt. Also das hab ich alles gemacht, Anfang 20 schon. Echt? Jaja, hab ich mal Steroide missbraucht und hab es bereut. Wann kam dein persönliches erstes Tattoo? Mit 17, im Kinderzimmer. Eigentlich kann man das so sagen, dass sich diese zwei Aktivitäten, Graffiti sprühen und tätowieren, mein ganzes Leben bestimmt haben. Die Kundenbindung von Friseur und Kunde ist auch schon manchmal familiär und emotional. Die Leute sind eben Friseur treu und gehen nur zu dem. Aber beim Tätowierer ist das Ganze mal 10. Was für ein Auto hast du jetzt nochmal Bock zu? Ich hätte gerne natürlich einen Sportwagen, Ferrari 488 oder McLaren 27S. Harry Weiss. Hi mein Lieber. Was geht? Schön hier zu sein. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir es geschafft haben. Richtig geil, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Danke für den Kaffee, der schmeckt top. Bin schon ein bisschen auf Zündung nach dem ersten Pott. Muss auch sagen. Er ist der zweite, dann läuft es richtig. Aber nicht, dass du mir gleich hier auf Klo rennst oder so. Ich bin das gewohnt. Ich trinke tatsächlich schon mal so sechs, sieben, acht Tassen am Tag. Professioneller Kaffeetrinker? Ja. Geil, feiere ich. Ich mag Kaffee auch. Du bist hier, weil wir in diesem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten reden wollen. Das nehme ich erstmal als Kompliment. Danke, mein Lieber. Auf jeden Fall. Das kannst du auch sehr gerne als Kompliment aufnehmen. Wir haben uns jetzt schon über die Jahre so ein bisschen auch kennengelernt. In verschiedenen Situationen. Erstmal so ganz oberflächlich. Und man kennt sich vom Sehen so ein bisschen. Da haben wir uns mal hingesetzt und gesprochen. Du hast ein bisschen über dein Geschäft erzählt, über dich als Person. Und ich muss sagen, ich habe nicht viele Leute kennengelernt, die so diese kreative Ader, die du hast, verbinden mit so einem Pragmatismus und einem geschäftlichen Scharfsinn. Du bist verhältnismäßig noch jung als Unternehmer. Die meisten Unternehmer, die ich so in, sag ich mal, vergleichbar mit dir so kennengelernt habe, die sind schon ein paar Jährchen älter auf jeden Fall. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du so ein bisschen was über dich erzählst. Das war so erstmal die Einleitung, mein Eindruck von dir. Und ja, erzähl mal ein bisschen über dich, vielleicht Jugend. So, woher kommst du? Wie kommt es überhaupt, dass du zu dem geworden bist, der du heute bist? Mir fiel schon so viel ein gerade. Ich bräuchte fast einen Notizblock. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ich muss schon direkt einmal springen auf den einen Punkt, von wegen du sagst, dass ich verhältnismäßig jung bin. Es freut mich, dass du das sagst. Ich bin 29, werde bald 30 für die Zuschauer. Aber fühle mich aber tatsächlich manchmal schon so, boah, ich hätte noch viel mehr schaffen können und so. Ich hätte schon viel weiter sein können, wenn ich den und den Fehler nicht gemacht hätte. Weil ich bei mir im Laden jetzt mittlerweile ein sehr, sehr junges Team habe. Ich habe bei mir zehn Tätowierer, die bei mir arbeiten. Und die meisten davon sind unter 25. Genau, für die Leute, die dich nicht kennen, weil das ist so schwierig, weißt du, wir kennen uns so, so gut, weißt du. Und es ist immer so schwierig für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Wobei ich gehe davon aus, dass die meisten dich schon kennen. Ich gebe einfach einmal eine kurze Einleitung. Sehr geil. Ganz kurz, mein Name ist Harry Weiß, ich bin Celebrity-Tattoo-Artist, mache das seit über zwölf Jahren und leite Hamburgs größtes Tattoo-Studio mit, wie eben erwähnt, vielen jungen Künstlern, die bei mir arbeiten. Und gebe nebenbei Tattoo-Seminare und einen Tattoo-Online-Kurs, bringe Leuten das Tätowieren bei und bin also seit über zehn Jahren in diesem ganzen Tattoo-Kosmos aktiv und selber aktiv auch am Tätowieren. Immer noch jeden Tag mit Leidenschaft und Herz. Richtig geil. Vielen lieben Dank. Jugend und vielleicht Kindheit, wie bist du aufgewachsen, also wo und vielleicht erzählst du darüber so ein bisschen was, damit man deinen Background auch besser versteht. Gerne, mein Lieber. Ich bin aufgewachsen in Hamburg. Meine Eltern sind beide Unternehmer gewesen, beziehungsweise meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Unternehmer. Als ich sechs Jahre alt war, haben die sich geschieden. Dann hat meine Mutter sich auch selbstständig gemacht und ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen. Okay. So. Ich habe zu beiden meinen Eltern super Kontakt und die sind stolz auf mich, Gott sei Dank. Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Am Anfang war das für die natürlich vielleicht befremdlich, was für ein Karriereweg ich eingeschlagen habe. Ich habe direkt nach der Schule, beziehungsweise schon während der Schulzeit angefangen zu tätowieren. Wann kam dein persönliches erstes Tattoo? Mit 17 im Kinderzimmer. Okay, es geht aber. Ich hätte jetzt gedacht, so richtig, weißt du, weil du bist ja schon ein Tattoo-Freak, dass es noch früher war. Ja, gut, 17 ist trotzdem früh. Ich muss dazu erwähnen, dass mir das ein Freund gestochen hat, der auch gerade erst angefangen hatte. Der Klassiker. Und dann hat mir das ohne Handschuhe gestochen. Hat dich entzündet? Wir wussten damals nicht, dass man Handschuhe benutzen muss. Es hat sich so entzündet, dass ich tagelang nicht laufen konnte. Ich hatte wirklich ein ganz angeschwollenes Bein. War sehr, sehr schlimm. Hast du das immer noch oder hast du es über... Ich habe das immer noch. Echt? Ich habe das immer noch. Ich habe es aber eingebunden in andere Tattoos, deswegen fällt es jetzt nicht mehr so auf. Ich habe irgendwann das ganze Bein selber überarbeitet, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich habe mich einfach einen Tag lang hingesetzt und den ganzen Tag, so 10 Stunden, das ganze Bein überarbeitet und jetzt sieht es einigermaßen ansehnlich aus. Ja, okay, krass. Und dann, nachdem du 17 warst, dein erstes Tattoo quasi noch im Kinderzimmer, kann man das so sagen, so gestochen von einem Kollegen. Du hast viel auch gesprayt, ne? Ja, genau. Auch in der Zeit war das so? Ja, genau. Also schau mal, eigentlich kann man das so sagen, dass sich diese zwei Aktivitäten Graffiti sprühen und tätowieren, dass die eigentlich meine ganze... Parallelgewachsen sind? Nee, nicht parallelgewachsen sind, sondern nacheinander mein ganzes Leben bestimmt haben. Krass. Das heißt, meine frühe Jugend, sage ich mal, von 11, 12 bis ungefähr 18, habe ich gesprüht. Das klingt jetzt für viele so vielleicht albern, die in der Graffiti-Szene nicht sind oder nicht waren. Aber wer da ein bisschen Kontakt mit hat, der weiß, das ist schon eine richtige Welt für sich, eine Bubble. Für mich war das damals mein ganzer Lebensinhalt. Ich wollte unbedingt da ganz bekannt werden, der Beste werden und wir wollten unseren Namen verteidigen. War dieser Ansporn so krass? Genau, das war also sehr, sehr, mit sehr viel Competition und sehr viel Ehrgeiz. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu tätowieren und es ist genauso wie in der Graffiti-Szene. Ich will der Beste sein und reiße mir den Arsch auf und nehme das alles sehr, sehr ernst. Und diese beiden künstlerischen Tätigkeiten begleiten mich mein Leben lang. Ja. Und dann habe ich irgendwann natürlich angefangen, wo ich dann irgendwann ein Geschäftsmann wurde, habe ich natürlich angefangen, das zu monetarisieren, andere Geschäfte noch zu machen. Man muss nur noch Geld verdienen. Genau, zu investieren und so weiter und so fort. Aber diese beiden Künste, sage ich mal eigentlich, die sind eigentlich ja prägend für mein Lebenswerk oder Lebensweg. Ja, aber das geht ja auch sehr einher. Ich glaube, deine Spezialisierung oder Spezialität sind auch Schriften. Du machst ja sehr viele coole Schriften. Das kommt ja auch aus dem Einfluss des Graffiti-Szene. Deswegen habe ich auch mit Schriften angefangen, genau. Krass. Sehr, sehr spannend. Du sagst, mit elf, zwölf seid ihr dann schon rumgelaufen und habt, also ist ja eh jetzt schon verjährt alles. Ja, wir sind immer, nachts haben wir uns aus dem Kinderzimmer rausgeschlichen, sind aus dem Fenster gesprungen, über die Fensterbank runter und dann durch den Keller raus auf die Straßen und ja, so jede Nacht halt, ne. Dann bin ich auch rumgereist durch Europa mit einem Zug und war dann in, weiß ich nicht, in Bulgarien oder in Italien oder in der Schweiz. Heftig. Haben wir Züge besprüht, in U-Bahn-Tunneln und so, durch Kanalisationsdeckel, die Notleiter runter und den ganzen Waggon vollgesprüht, am nächsten Tag Fotos machen und so. Das ist schon so eine richtige Welt, ne. Ja, glaube ich. Und wie das dann so ist mit so einem Mikrokosmos, man hat dann auch nur Freunde, die das machen und das ist ja alles, worum es geht und jeder will der Beste sein. Ja. Wie das ist, wenn man auch einen Sport intensiv ausübt, ja, kann man ganz gut vergleichen. Du hattest mich eben noch gefragt zu dem Werdegang mit Kindheit und Jugend und so. Wie gesagt, ich bin dann mit meiner Mutter und meinem Bruder aufgewachsen in Hamburg und ja, hab eigentlich viel Zeit früher im Schanzenviertel verbracht, in St. Pauli und so, da war auch so ein Hotspot der Graffiti-Szene. Und da hab ich dann viele Kontakte auch geknüpft, die mir später auch geholfen haben, meine Tattoo-Karriere zu festigen und zu erweitern. Also schon Jungs, die ein bisschen älter waren, als du wahrscheinlich auch schon in dem Geschäft drin waren und sowas, ne. Genau, ich hab immer viele ältere Freunde gehabt, genau. Ja, gut, man sagt ja auch, ne, dein Umfeld beeinflusst dich unfassbar stark. 100 Prozent, das wird mir heute immer mehr klar. Aber ich glaube so, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade eben gesagt hast, ist dieser Ansporn und der Ansporn, der Beste zu sein oder einer der Besten zu sein in dem, was du machst. Egal, ob es damals deine Leidenschaft war mit Graffiti, ich behaupte mal jetzt auch, dass Tattoos eine krasse Leidenschaft von dir sind. Ja, genauso wie Graffiti, natürlich. Es ist genauso von Herzen her, wie das, was ich früher gemacht habe. Ja, und natürlich daraus ein Geschäft zu machen, ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Gottes Segen, besser geht's nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn du schon so früh weißt, wo du hin willst und was dir wirklich Spaß macht, was dich erfüllt und wo du wirklich drin aufgehst, ist natürlich, wie du schon sagst, ein Segen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu deinem Erfolg, auch heute, ne. Sag mal, bist du dann direkt in die Selbstständigkeit gestartet oder hattest du so irgendwelche Jobs oder irgendeinen Scheiß, den du gemacht hast, keine Ahnung. Viele arbeiten nebenbei bei Meckes oder so, um so ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Wie war es bei dir so? Bist du direkt mit Geldverdienen so im Tattoo-Business eingestartet? Ja, also einen richtigen Job habe ich nie gemacht, aber kleine Jobs, wie zum Beispiel war ich lange als Möbelpacker, habe Umzüge gemacht, Möbel getragen oder auch im Copyshop gearbeitet oder auch mal bei Edeka Regale eingeräumt. Also das habe ich alles gemacht, im frühen Jugendalter. Aber dann, seit ich angefangen habe zu tätowieren, das war dann so mit 18, seitdem habe ich nichts anderes gearbeitet. Also sehr, sehr früh, ne? Genau. Seitdem habe ich nichts anderes, war ich nie in einem Angestelltenverhältnis oder so. Aber ich sage auch, so kleine undankbare, in Anführungsstrichen, Jobs zu machen, wo du Zeit gegen Geld tauscht, auf quasi relativ simplen Niveau. Ich glaube, das spornt einen auch noch mehr an, zu sagen, ey, ich muss jetzt irgendwie meinen Kopf dazu bringen, mir ein Netzwerk aufzubauen, in dem, wo ich eigentlich Bock habe, zu existieren und zu arbeiten und da meinen Unterhalt quasi erstmal zu verdienen. Ich glaube, diese kleinen Jobs, da realisiert man schnell, das ist nicht mein Leben. War das bei dir auch so? Auf jeden Fall, war es super scheiße bei EDK. Und Möbelpacker zu sein, war auch super scheiße. Möbelpacker ist auch so ein Höllenjob. Also das war wirklich schlimm. Ehrlich, großen Respekt für jeden, der das macht. Ich kenne auch Jungs, die haben daraus ein Geschäft gemacht, also auch sehr erfolgreich. Ja, funktioniert natürlich, klar. Wenn man das dann irgendwann abgeben kann und dann eine Hierarchie aufbaut, dann bringt das Spaß. Aber ich weiß noch, wir haben irgendwelche Brandschutztüren getragen, Stockwerke hoch und die waren hunderte Kilos schwer und das war auch sehr, sehr gefährlich. Ich kann mich noch genau erinnern, also ich bin froh, dass du das nicht mehr machen musst. Das kannst du auch nicht machen, das ist sehr, sehr ungesund. Ist heftig, ne? Ich habe auch so Respekt vor den Leuten, die das so über Jahre durchziehen, ne? Über, ja. Ist echt verrückt. Ich bin auch so ein Mensch, wenn mich jemand fragt, ob ich ihm beim Umziehen helfe, so, weil ganz ehrlich, wen rufst du an in deinem Freund? Ja, irgendwie starke Jungs, so quasi, ne? Ja, der, ne, Muskeln und so, der geht trainieren, der kann bestimmt irgendwie mein Klavier in den siebten Stock schleppen. Ich hasse es, ich schwör's dir. Ich sag jedes Mal, Jungs, wirklich beim Besten, also, ne, ich mein's nicht böse, aber ich bezahle euch auch einen Möbelpacker oder so, aber ich möchte meine Zeit einfach damit nicht verschwenden und ich hab keinen Bock, mich zu verheben oder so, weil dann kann ich auch, das ist das Ding, was viele nicht verstehen, der Sport ist ja ein Ritual, darüber sprechen wir auch nochmal gleich. Wenn ich mich da jetzt verhebe, kann ich zwei, drei, vier Wochen vielleicht nicht trainieren, das ist für mich die Hölle, ne? Natürlich auch psychisch. Ja, psychisch die Hölle. Also ich brauch den Sport auch immer zum Ausgleich, zum Stressabbau, sehr, sehr wichtig. Lass uns nochmal zum Thema Tattoo als Geschäft zurückkommen, weil das ist eine ganz interessante Phase, glaube ich, mit 18 so ein bisschen, in die Selbstständigkeit rein. Wie waren die Anfänge? Erzähl mal. Die Anfänge waren im Kinderzimmer, ganz rudimentär und provisorisch. Irgendwann hab ich mir also eine Massageliege gekauft und dann hab ich angefangen, so ein paar Regale an die Wand zu schrauben, alles so ein bisschen professioneller aussehen zu lassen. Es war aber trotzdem noch im Kinderzimmer. Krass. Ich bin dann mit 18, 19 ausgezogen in eine Einzimmerwohnung und da hab ich die Wohnung dann schon fast aufs Tätowieren ausgerichtet. Es war zwar nur ein Zimmer und ich hab auf der Clubcoach geschlafen, aber die Tattoo-Ecke hat so eigentlich den Großteil der Wohnung eingenommen. Da hab ich dann schon jeden Tag gearbeitet und dann irgendwann hab ich über einen Freund, über Umwege, den Weg in ein Tattoo-Studio gefunden. Ja, und so waren die Anfänge. Was sich verändert hat in der Zeit ist, dass ich früher als Jugendlicher lange geschlafen hab und erst spät angefangen hab zu tätowieren. Klassiker, ne? Genau, natürlich, wie das so ist in der Jugend. Und erst dann als irgendwann junger Mann hab ich natürlich die Disziplin dann erst bekommen. Früher aufstehen, länger arbeiten, früher zum Sport und so weiter und so fort. Ja, aber vom Grundaspekt her hab ich damals dasselbe gemacht wie heute, nur unter anderen Umständen und natürlich auch in einer anderen Dimension. Aber es ist dieselbe Tätigkeit. Ich bemale immer noch die Leute. Ja. Sag mal, was ich immer so interessant finde, da du jetzt erzählst, mit 18 hast du ja schon wirklich angefangen, in Anführungszeichen, professionell Leute zu tätowieren. Ja. Entwickelt man sich als Tätowierer in dem Sinne, dass du auch besser wirst im Handwerk? Und wann würdest du sagen, nach wie vielen Jahren tätowieren, du bist ja jetzt 29, das sind 11 Jahre, wenn man das so sagen kann. Ja. Sagst du, du erreichst ein Niveau, wo du jetzt eng ein Tattoo gestochen hast, wo du sagst, das ist immer noch so damals so mit das krasseste Werk von dir persönlich gewesen. Und ab wann kommt dieser Punkt, wo man sich nicht unbedingt im Handwerk weiterentwickelt, sondern vielleicht eher so in der Kreativität? Weißt du, was ich meine? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, weil der Punkt noch nicht gekommen ist. Krass. Also würdest du sagen, mit jedem Tattoo wirst du noch einen Tick besser schattieren? Nicht mit jedem Tattoo, nein, aber mit jedem halben Jahr oder mit jedem Quartal verbessere ich immer wieder einige Aspekte. Und seien es nur ein paar Hintergrundelemente oder ein paar Designaspekte oder Präzision. Ja, der Punkt ist noch nicht gekommen. Gott sei Dank. Dadurch bringt es auch immer noch so viel Spaß. Was man natürlich schon merkt, ist, dass man irgendwann langsamer besser wird und dafür dann einfach immer schneller wird. Also du hältst ein geiles Niveau und kannst einfach schneller tätowieren, auch große Tattoos einfach schneller abarbeiten. Weil am Ende des Tages ist es ja immer noch, deine Dienstleistung ist, Kunst auf Körper von verschiedenen Menschen zu bringen. Genau. Und da kommt es natürlich auch darauf an, in wie vielen Stunden schaffst du natürlich so ein Ding abzuarbeiten. Also rein geschäftlich gesehen jetzt. Ja, abgesehen vom Geschäft. Dieser Punkt ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ja der Punkt des Schmerzes. Stimmt. Besser, wenn man schneller fertig wird. Weil es tut halt weh. Ist so wie beim Friseur. Ich gehe ungerne mittlerweile zum Friseur, weil man hockt da und wartet. Und irgendwie ist es dann so, vor allem wenn man zu tun hat, weißt du, man denkt so, okay, könnte schneller gehen. Wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, einfach so ein Ding auf den Kopf zu bekommen, das macht alles perfekt. Und du bist in fünf Minuten fertig. Schwester, ich würde es machen. Weil es einfach effektiver ist, weil es einfach mehr Sinn macht. Und viele wollen halt eine Stunde da mit Massage und so. Ist auch schön. Aber weißt du, was ich meine? Wenn die Dienstleistung perfekt ausgeführt wird und das Ding funktioniert, dann bin ich auch gerne in fünf Minuten fertig. Dann brauche ich nicht eine Stunde, um zu sagen, der Friseur ist voll gut und so. Am Ende kommt es doch nur aufs Ergebnis. Es sei denn, du machst dann Kaffeeklatsch mit deinen Freunden. Ja, das ist was anderes. Aber wenn es rein um die Dienstleistung geht, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Vor allem, wenn es verbunden ist mit Schmerz. Gut, und dann hast du quasi mit 18, 19 erst mal so angefangen. Wann hast du dich dann, würdest du persönlich sagen, richtig selbstständig gemacht? Mit, keine Ahnung, alles, was dazugehört. Buchhaltung und eventuell, ich weiß nicht, wie es in deinem Geschäft ist, aber so Rechnung schreiben und so. Also das Ganze so richtig professionalisiert, eigene Firma gegründet und so. Wann war das? Wann war dieser Zeitpunkt? Mit 21. Auch relativ, so Schlag auf Schlag, ne? Ich habe ein paar Jahre zu Hause so tätowiert, aber dann schon schnell bin ich in ein Studio gewechselt und dann ungefähr mit 21, 22 habe ich das dann alles professionalisiert und offizialisiert, wenn es dieses Wort gibt, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es auch gerade erwunden. Genau, in dem Alter wurde ich auch Vater und mein Sohn wurde geboren und dann habe ich das alles natürlich ein bisschen ernster genommen. Krass, guter Punkt. Weil darüber wollte ich mit dir auch sprechen. Du bist relativ jung Papa geworden, ne? Richtig, mit 21, ja. Und du sagst ja auch, dann kam irgendwann dieser Punkt und es hat Klick gemacht, wo du gesagt hast, ich muss das jetzt so rationalisieren. Das ist nicht mehr so zwischen Tür und Angel, Bro, hier, komm mal rein, ich mache dir mal ein Tattoo. Keine Ahnung, lass ein Hunni da und gut isst. Sondern du hast dann wirklich dir Gedanken gemacht, wie kann ich das auch mit der Hinsicht auf, wenn man dann älter wird und, sage ich mal, auch der Familie dem Kind was bieten will. War das so dein, richtig dein Antrieb auch? Ja, rückblickend betrachtet realisiere ich das erst. Damals habe ich das nicht gemerkt. Man sagt ja immer, dass Männer sich verändern, wenn sie Väter werden und so. Und diese ganzen Sprüche kennt man ja. Das ist aber in dem Moment nicht der Fall, beziehungsweise man merkt es nicht. Aber jetzt rückblickend betrachtet, merke ich schon, dass das natürlich sicherlich ein großer Faktor auch für meinen Erfolg ist und war, dass ich früh Vater wurde und diese Verantwortung getragen habe und angenommen habe und auch die Beziehung, die dazugehört mit der Mutter meines Sohnes, mit der ich immer noch zusammen bin und verheiratet bin, das ist natürlich schon ein Faktor, der einen antreibt auf jeden Fall und was einen auch in der Spur hält, muss man schon ganz klar sagen, natürlich. Weil jeder junge Mann hatte auch natürlich den Drang, sich vielleicht zu feiern und Spaß zu haben und so. Und das habe ich auch alles gemacht und mache ich auch alles immer noch im Rahmen, kann man alles machen. Aber es ist natürlich immer noch eine Sache, wenn du etwas hast, was dich ein bisschen in der Spur hält oder wenn du einfach nur alleine dein Ding machst, kann das schneller mal passieren, dass man da ein bisschen übertreibt in die eine Richtung. Jeder kennt das, es kann passieren und rückblickend betrachtet merke ich schon, dass mir das auf jeden Fall geholfen hat, klar. Und ein Faktor dafür ist, dass es heute alles so ist, wie es ist. Ich glaube, das ist auch so bei mir mit einer der Faktoren, warum ich mir die letzten Jahre so sehr ernsthafte Gedanken mache, langsam auch in die Richtung zu gehen, so wie du sagst, Familie, Vater werden und so weiter. Weil ich glaube, das ist einfach so diese, ja, der Anker, ne? So einfach, das erdet dich immer wieder und du weißt so ein bisschen, wofür du es tust. Richtig, genau. Weißt du, was ich meine? Man hat halt ein Zuhause auch dann. Ja, so wirklich, ne? Ja, genau. Das ist krass. Du sagst auch, inwieweit zum Beispiel hat deine Frau dich auch supported auf diesem Weg? Ja, maximal. Echt? Ja, maximal. Die stand immer hinter mir und war schon bei mir, als ich noch ein Schüler war und gar nichts hatte. Krass. Und ja, also sie hat mich immer maximal supportet. Sehr spannend. Wie sagst, wie würdest du beschreiben, so, gut, man wird sehr jung Vater, ne? Das Kind wächst heran. Ab wann hat es wirklich dir angefangen, Spaß zu machen, Vater zu sein? Weil das ist eine Frage, die mich persönlich... Auf gar keinen Fall am Anfang. Ne, ne? Am Anfang kann man damit gar nichts anfangen, ne? Super nervig einfach nur. Man schläft nicht und so. Ja, aber wenn die Kinder dann so drei werden, dann macht das Spaß. Ja, ne? Ja. Ja, aber die ersten zwei Jahre sind überhaupt nicht interessant für uns als Väter. Ja. Die Kinder interessieren sich auch nicht für die Väter im Alter von eins oder zwei. Ja. Interessieren sich nur für die Mutter, die gibt Milch. Ja. Und der Vater... Ist erstmal uninteressant, ne? Ja, Hauptsache, der muss aber die Rechnung bezahlen. Und das gehört dazu. Ja, klar, ja. Das läuft im Background ab. Genau, genau. Und das wird leider oft unterschätzt. Ja, ja, ich glaube sowieso, dass ganz viel unterschätzt wird, was Männer so leisten. Das stimmt allerdings. In dieser Welt heutzutage. Und das wird, glaube ich, auch ganz viel klein geredet. Der Leistungsdruck ist reell. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man, wie du schon so schön gesagt hast, so einen Ansatz hat, auch so ein Competition-Mensch. Also so ein Mensch, der auch wirklich Gas geben will und vorankommen will und in irgendeinem Bereich gut sein will. Was aber irgendwie eigentlich ja Gott gegeben ist durch unser Hormon Testosteron. Ja, das stimmt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber eigentlich hat es ja jeder in sich. Nur manchen wurde es wahrscheinlich schon so doll abtrainiert, dass es schon abgestorben ist. Geh zur Schule, mach eine Ausbildung, sei einfach ein guter Arbeitnehmer. Das ist ja so quasi eigentlich das, was von der Gesellschaft zumindest so ein bisschen vorgegeben wird. Und wenn man reist, dann merkt man erst mal, wie es in den restlichen Teilen der Welt ist und wie es auch sein kann. Und das ist so wichtig, sich auf sich das mal wirken zu lassen. Auch andere Perspektiven anzunehmen. Weil ich glaube, es ist schwierig. Man wird schon sehr programmiert hier in diesem Land. Diese Geschichte ist schon perfektioniert, würde ich fast sagen. Aber wir haben schon vor dem Podcast gesagt, wir wollen nicht abrutschen in das Thema Politik oder andere Geschichten. Noch sind wir nicht bei Politik, das war noch okay. Das war noch okay. Wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt da tiefer einsteigen, ich glaube, dann geht das in eine andere Richtung. Die Zuschauer, die wissen, wissen. Richtig. So sieht es aus. Würdest du heute sagen, Tattoo ist immer noch, also ich sage mal prozentuell, Leidenschaft und Geschäft. Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage für dich. Aber wenn du jetzt mal ehrlich darauf eingehen würdest, wie viel ist noch Leidenschaft und wie viel ist Geschäft und wo liegt dein Fokus? Immer noch 85 Prozent Leidenschaft auf jeden Fall. Krass. Ja, auf jeden Fall. Weil das Geschäft nimmt gar nicht so viel Zeit in Anspruch. Und die wichtigste Tätigkeit und auch die wichtigste Einnahme für mich ist immer noch mein eigenes Tätowieren. Ist das so? Ja, klar, ich mache Sachen nebenbei, aber das ist immer noch das Wichtigste und das macht mir am meisten Spaß. Und ich habe ja auch diese extrem persönliche Kundenbindung. Das ist ja auch noch ein Faktor, den ich ganz gerne mal erwähne, weil das schon in diesem Job extrem ist. Schau mal, die Kundenbindung von Friseur und Kunde ist auch schon manchmal richtig familiär und emotional. Die Leute sind eben Friseur treu und gehen nur zu dem und erzählen dem ihre Sachen, die sie beschäftigen und so. Aber beim Tätowierer ist das Ganze mal zehn, weil die Zeit, die man verbringt, ist erstens viel länger. Krass, ja. Zweitens ist es immer mit dem Schmerz verbunden. Das heißt, man ist immer gleich in so einer anderen Dimension von der Privatsphäre her und so weiter und so fort. Und deswegen freue ich mich jeden Tag auf die Arbeit. Nicht nur deswegen, sondern aus tausenden Gründen. Aber vor allem natürlich auch wegen der Kundenbindung. Und viele Kunden sind wie Freunde, verstehst du? Ja, ja. Oder sind Freunde geworden. Und ich freue mich drauf, jemandem das Bein fertig zu machen, den Arm fertig zu machen, ein Projekt, bei dem wir lange sind. Und deswegen ist es natürlich viel mehr Leidenschaft. Dir liegt richtig was dran. Ja, genau. Gehört auch dazu, denke ich mal. Ich habe heute den ganzen Körper voll gemacht. Da haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht und uns natürlich sehr gut kennengelernt. Und dann ist das Geschäftliche nebensächlich. Es ist so witzig, weil zum Beispiel bei Flo, ne? Ist ein gemeinsamer Kollege von uns, den kenne ich schon viel länger, als ich dich kenne. Ja. Und ich habe damals schon gesagt, krasse Tattoos. Also ich kannte schon deine Tattoos, bevor wir überhaupt ein Wort gesprochen haben. Das ist so witzig. Das ist auch schön, dass eigentlich die Werbung sich selbst macht. Ja. In dieser Branche, ja. Bei ihm so war es immer sehr präsent. Er ist ja auch komplett zu, ne? Ja, ich glaube, er ist auch fertig mittlerweile. Ja, so die Hälfte ungefähr, würde ich sagen. Okay, krass. Er war auch schon vorher bei vielen anderen Künstlern, aber dann nicht mehr. Ich glaube, er ist komplett voll. Ja. Als letztes hast du seinen Rücken gemacht. Ja, genau. Ich glaube, jetzt ist auch Sense bei ihm. Ja, krass. Vielleicht hat er noch einen halben Fuß frei oder so. Verrückt. Bei dir? Wie viel von deinem Körper willst du noch tätowieren? Ich mache tatsächlich gar nicht mehr so viel Neues. Ja. Ich bin jetzt eher daran interessiert, Sachen zu optimieren. Ja, okay. Sachen, die über die Jahre schiefgelaufen sind und ja, das ist natürlich so. Man probiert sich aus. Genau, richtig. Und jetzt muss ich ein paar Sachen optimieren und da bin ich eher daran interessiert, anstatt jetzt neue Sachen zu machen. Ja, verstehe. Also jetzt irgendwie komplett Hals und sowas oder Hände. Nee, das habe ich nicht so. Hast du nicht so Bock? Nee, hatte ich Bock als Jugendlicher, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ey, das Problem ist, Harry, ich könnte mit dir über alles reden, ne? Keine Ahnung, Sport, Autos und so. Also es ist so schwierig, so kompakt, dich so, wir müssen mehrere Podcasts machen. Ja, gerne, gerne, mein Lieber. Solange du mir immer so gut einen Kaffee machst, dann komme ich immer gerne. Das ist so krass, halt. Wir haben auch so viele Berührungspunkte, keine Ahnung, Sport angefangen zum Beispiel. Sport und Autos natürlich, klar. Sport, Autos. Ich glaube, das war auch so einer mit der Hauptgründe, warum wir uns auch eigentlich so gut verstanden haben. Ja, und erst mal kennengelernt haben wir uns auch durch Autos. Safe. Das muss ich sagen, passiert mir sehr, sehr oft. Das ist so krass, ne? Ja. Dass es so ein Connector ist. Ja, wir haben ja alle den gleichen Schaden. Ja, erst mal das, dann diese Events und dann hat man ja auch so diese, man hat ja auch andere Leute oder so, keine Ahnung, nicht böse gemeint oder jetzt negativ, aber auch so Nerds und aus verschiedenen Branchen. Leute verdienen ja nicht nur mit coolen Sachen ihr Geld oder man kann sich nicht mit jedem perfekt identifizieren. So wie wir uns jetzt vielleicht auch über Sport so ein bisschen gesagt haben, ey, irgendwie interessant und man hat sich ausgetauscht. Ähm, deswegen kommen auch Leute aus der Tech-Branche und die Autowelt bringt ja alles zusammen so, ne? Ist total spannend. Design auch. Ja, safe. Und ich glaube auch, ähm, jemand, der so visuell ist wie du und auch Körperform, Design sieht, erkennt, der sieht auch Autos und Autoformen und generell das Design ganz anders, ne? Dazu kann ich eine interessante Geschichte erzählen und zwar, äh, habe ich Freunde, die sind Luxus-Auto-Händler, ähm, ich war bei denen in deren Showroom und hab mir die Autos angeschaut und da stand so ein Bentley, von dem war ich so begeistert, das war als aktuelle Continental GT-Modell. Ja, wunderschönes Auto. Ja, ich hab so ganz genau den Kotflügel betrachtet, äh, bei dem das Aluminium durch so eine spezielle Presstechnik, die Bentley hat, äh, in so ganz spitze Formen gepresst wurde und hab dann so voll davon geschwärmt. Und der Händler, der ein Freund von mir ist, meinte so, krass, Harry, ich hab das gar nicht so gesehen, jetzt wo du's sagst, siehst du's auch und so. Und er meinte, da hat er gesagt, dass er gemerkt hat, dass ich Autos ganz anders sehe als er. Definitiv. Und so kam dann eine Zusammenarbeit zustande, äh, die leider noch nicht ganz spruchreif ist, deswegen kann ich noch keine Namen nennen und so, aber ich hab dann für diese Firma, ähm, Designs gemacht. Sehr geil. Für Felgen und für Bodykits und auch für Lederinterieur von gewissen Autos. Krass. Ähm, was bald erscheinen wird und das wird eine geile Nummer. Geil. Und so kam das zustande, genau. Und da hab ich auch dann gemerkt, dass ich wahrscheinlich, ich hab schon so ein bisschen dann einen anderen Blick auf so, ja, Karosserieformen und so. Was mich zum Beispiel bei McLaren auch begeistert, manchmal mit Wind- und Luftführung von der Aerodynamik her. So krank, ja. Also da bin ich immer ganz erstaunt, wie die das machen. Mhm. Super, super geil. Eigentlich geht's ja nur darum, dass ja alles so, alles was es an Form und Optimierungsbedarf im technischen Bereich gibt, gibt's ja schon in der Biologie. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. In der Natur. Genau. Unser Körper, so wie er heute ist, hat sich über Jahrmillionen, fast Milliarden so geformt. Von einer Zelle, die irgendwann mal entstanden ist, durch Zufall, weil irgendwelche chemischen Prozesse abgelaufen sind, bis zu dem, wo wir heute sind. Und wenn man sich da das Beispiel quasi rausnimmt von der Natur, kann man das ja auch immer wieder optimieren und immer wieder quasi in Blech, wie du sagst, übertragen. Oder in Titan und wie der Motor funktioniert, wie so ein Verbrenner funktioniert, begeistert mich ja immer wieder. Da bin ich zum Beispiel leider raus. Du bist eher so dieser Design-Typ. Genau, dieses technologische und physikalische Verständnis für die Funktionen eines Motors hätte ich gern, aber habe ich nicht. Ich bin auch kein Ingenieur, so. Ja, aber du bist da schon. Ich habe schon auch gemerkt in unserem Podcast, da hast du angefangen, irgendwas zu erzählen von Turbo-Geometrie oder ich weiß gar nicht. Ja, Variable Turbo-Geometrie. Ja, Wahnsinn. Also da kann ich nicht mitreden. Du fährst coole Autos, ne? Du hast einen Bentley. Bentayga, ja. Bentayga. Ja. Ich bin den mal gefahren. Ein Kumpel von mir, mit dem ich früher sehr viel abgehangen habe, hat das Auto relativ, wo das neu war, gekauft. Und das hat mich damals so umgehauen. V12. Du hast auch einen V12, ne? Ne, ich habe einen V8. Ja? V8 Biturbo, ja. Ah, okay. Aber an der Abgasanlage hast du was gemacht. Das Ding ist ein bisschen lauter, ne? Ne, tatsächlich nicht. Ne? Das ist so geil. Bentley ist halt auch so ein Kleinserienhersteller, ne? Und die haben, glaube ich, auch nochmal andere Möglichkeiten als jetzt, keine Ahnung, so ein VW oder BMW. Ja, ich war auch bei denen im Werk zu Besuch mit meinem Freund Mats Christensen. Da sind wir hingeflogen, haben wir eine Werksführung bekommen. Ich habe das gesehen, glaube ich, bei euch in den Storys, ne? Ja, das war schon erstaunlich. Die haben euch einfliegen lassen, oder wie war das? Ja, genau, mit einem Privatjet, das war richtig cool. Geisteskrank. Ja, ja, war ein geiles Erlebnis. Okay, was habt ihr da so gesehen? Naja, es gab halt ein Dinner in dem Werk und in einem Showroom und die haben uns das gesamte Werk gezeigt und die Manufaktur mit der Lederherstellung und der Holzveredelung und so, war schon interessant. Ich finde es so krass, die wurden ja gekauft vom VW, schon sehr, sehr lange, aber trotzdem ist es noch so ein Manufakturfaktor, ne? Ja, ja, die haben schon dieses familiäre noch erhalten. Ja, ne? Ja. So ein quasi gar nicht so großer Standort, oder? Ja, wie bei Rolls Royce auch, die gehören auch zum BMW-Konzern, aber sind immer noch von der Konzernführung, also wenn du da bist, merkst du das nicht, dass es BMW ist. Das ist immer noch eine eigenständige Firma und absolut familiär. Krass. Wo würdest du sagen, worauf hättest du Bock? Okay, du hast einen Bentayga, wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, so Rennstrecke und sowas, ich möchte ja unbedingt, dass du mal mitkommst, irgendwie zur Nordschleife. Ja, das würde ich sehr gerne, ich war noch nie auf der Nordschleife. Ja, also einmal Nordschleife, glaube ich, für viele Leute, die nicht ganz nachvollziehen können, diese Leidenschaft zu Autos, ich glaube, da realisierst du eigentlich, wie schön Autofahren sein kann und wozu die Technik in der Lage ist. Und das begeistert viele, glaube ich, in dem Moment, wo die einmal dabei sind. Ja, sicherlich. Dann können die auch so ein bisschen diesen Wahn nachvollziehen und werden sich angesteckt auch. Ja, ist so. Ich habe einen Kollegen gehabt, der ist bei mir mitgefahren auf der Nordschleife im M2. Also der M2 ist natürlich umgebaut, ist dementsprechend gut präpariert, vor allem für die Strecke ist der Wagen gut, weil Nordschleife ist halt so, du brauchst keinen Rennwagen, um da Spaß zu haben. Du kannst auch mit einem 300 PS, leichtes Auto, vernünftiges Fahrwerk, gute Bremsen, Reifen, kannst du schon Spaß haben und brauchst auch nicht super viel Geld reinstecken. Das ist halt das Schöne an der Nordschleife, weil das ist quasi irgendwo zwischen Rallye fahren und Rennstrecke. Weil du fühlst den Speed anders, als wenn du auf einer sehr, sehr großen, weitläufigen Rennstrecke bist, wo du so viel Auslauffläche hast und sowas. Das heißt, die Spur ist schmal? Extrem schmal. Du hast teilweise kaum Platz, wo zwei Autos durchpassen und dann ballerst du mit teilweise 70, 80, 100 kmh Geschwindigkeitsunterschied an Autos vorbei, die halt jetzt, keine Ahnung, vielleicht neu sind oder nicht so ein schnelles Auto haben. Aber wie viele Autos fahren denn da gleichzeitig? Guck mal, die Strecke ist 23 Kilometer lang, ein paar zerquetschte, und da fahren teilweise bis zu 350 Autos parallel. Wow, das hört sich voll gefährlich an. Ja, es ist nicht ganz ohne, muss man ganz klar sagen. Auch diese Tourifahrten, da fährt natürlich auch jeder rauf. Ich dachte, man ist da, also ich hab nie drüber nachgedacht, aber jetzt wird's ja klar, aber ich dachte irgendwie, man wäre da alleine. Aber das ist oft der Reiz. Guck mal, du hängst dich dann, keine Ahnung, an ein Auto ran, was potenziell viel schneller sein könnte als du, aber der Fahrer sich nicht ganz traut, vielleicht ist er nicht mit der Strecke ganz so vertraut, wie man es selber ist oder, keine Ahnung, will grad nicht so viel Gas geben oder fährt grad seine Reifen warm, du weißt ja nicht, was bei dem grad Phase ist. Und dann hängst du dich ran an so ein GT3 RS und siehst nur diesen mächtigen Flügel so vor dir und siehst, was für eine Linie er fährt und du fährst hinterher und so. Das ist eigentlich, wir müssen unbedingt da hin. Für mich ist das ein extremer Reiz, weißt du? Guck mal, ich hab dich schon überzeugt, ne? Wahnsinn, wie du mir das gerade verkauft hast, Wahnsinn. Sehr geil, aber müssen wir ehrlich mal machen. Keine Ahnung, vielleicht auch gerne mit Mats oder so. Ja klar, gerne. Ich glaub, das wär richtig, richtig spannend. Und da, da reduzierst du das Auto runter auf das Werkzeug, was es eigentlich ist. Ja, da geht's dann auch natürlich gar nicht mehr um die Marke und so. Gar nicht. Das ist natürlich, und diesen Faktor hab ich noch gar nicht kennengelernt, weil ich bin nur der klassische Stadtfahrer und will einfach nur ein cooles Auto haben und so. Deswegen ist... Wir schweifen aus, ne? Ja. Aber es ist cool, aber ich wollte sowieso mit dir über Autos sprechen. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Na, definitiv. Wo würdest du dich denn jetzt sehen? Also Bentley, auf was für ein Auto hast du jetzt nochmal Bock so? Also, meine Frau hat noch einen Range Rover und ich hätte gerne natürlich einen Sportwagen. Ferrari 488 oder McLaren 27S. Ja. McLaren, Diggi. Ja. Da seh ich dich. Ja. Ferrari ist mir irgendwie zu platt. Ja. Ferrari ist so... Ich find's halt einfach designtechnisch super. Aber der McLaren ist natürlich leistungsstärker und moderner und einfach ein Biest. Ja, und das Auto vereint so vieles in einem Auto. Ja. Das Fahrwerk ist so geil. Also, ich bin 27 auch schon ein paar Mal fahren dürfen. Mhm. Allein die Türen, ne? Ja. Das Auto ist einfach raffinierter von der Technologie und das ist etwas, was mich so krass begeistert. Viel raffinierter, 100% natürlich. Plus das Design. Und da, finde ich, steht vor allem so ein 27S in nichts nach, keine Ahnung, so einem 488 oder F8 oder sowas. 100%, ich bin ganz deiner Meinung. Ich muss aber sagen, dass das Prestige und diese klassische Eleganz und das Statement von einem Ferrari 488 mich schon auch, das finde ich schon auch attraktiv. Natürlich, ne? Klar. Was ich bei Ferrari so schwierig finde, ist immer, sind die Felgen? Ja. Ich finde, die Felgendesigns sind echt Grotte. Ja gut, aber ich würde auch Felgen von einem anderen Hersteller drauf holen. Ja, okay, gut. Dann ist it proved. Ja. Aber vor allem Felgen und Fahrwerk, also wie das Auto quasi steht. Wenn du dir mal anguckst, die Proportionen, ne? Achte mal drauf. Zwischen Radkasten, Felgen, Größe, vor allem aber auch Radumfang und wie viel Platz noch hinten im Radkasten ist. Also ich habe mit so ein paar Leuten, die so Ferrari-Fans auch sind, gesprochen, die sagen, das ist wegen Aerodynamik und so, ist aber eigentlich Quatsch. Das sind Ausreden, meinst du? Ja, das sind Ausreden, weil guck dir mal einen GT3 an. Bestes Beispiel. Da sagen die Ingenieure auch, umso weniger quasi Verwirbelungen entstehen können im Radkasten, also umso weniger Luft ist zwischen dem Rad im Radkasten und der Schale. Ja, umso enger das Ganze gebaut ist, ja. Umso geiler ist es eigentlich für die Aerodynamik, für alle Faktoren, die irgendwo sinnvoll sind bei so einem Auto, damit es performt. Und das finde ich bei Ferrari so schade. Deswegen bin ich eher so Team McLaren. Am McLaren fühle ich unnormal, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall Ingenieurs-technisch und Performance-technisch natürlich sind das so verschiedene Welten. Aber du sagst, Design reizt dich so krass? Ja, genau. Echt? Ja, ich finde, dieses klassische Ferrari-Design finde ich schon sehr attraktiv. Aber ich bin ganz deiner Meinung. Performance-technisch und so, da liegen Welten dazwischen. Ja, gut. Die Frage ist, wann rufst du das mal ab, ne? Ich meine, so ein 488. Genau, das muss man auch dazu sagen. Geistesgestört, schnell. Ja, genau. Was haben die, 620 PS. Ordentlich Drehmoment, 488, Biturbo. Ist eigentlich ein geiles Konzept, ne? Ja. Den als eher, bist du so eher der Coupé-Typ oder eher so Cabrio? Ja, Cabrio wäre schon schöner, ne? Ist schon geil, ne? Ja, klar. Vor allem so, wenn du noch... Ich bin da auch immer so blass, weil ich den ganzen Tag nur im Tattoo-Studio rumsitze. Da brauche ich mal ein bisschen Sonne, dass ich wenigstens beim Autofahren ein bisschen bräunen kann. Ja, okay, check. Ja. Aber Felgen und zumindest Gewindefedern. So, das ist ein bisschen einfach so... Da muss man was machen, ne? Ja, safe. Das ist ein anderes Auto danach, ne? Das sieht so, so, so viel stimmiger und geiler aus. Aber egal, da müssen wir ihn nochmal schmacken. Wenn du soweit bist, sag Bescheid. Ja, mach ich. Ich zwinge dich dann dazu. Sonst echt Augenkrebs, ja? Also sonst echt schwierig mit Ferrari und die sind hoch wie ein Bus einfach, ne? Ja. Doof. Also ihr Lieben, wenn euch der Podcast wirklich gefällt und ihr der Meinung seid, ihr könnt damit auch andere Leuten einen Gefallen tun und vielleicht denen in gewissen Situationen etwas Motivation und mehr Lebensfreude geben. Was natürlich hier der Sinn der Sache ist, warum ich mich hier überhaupt mit den Leuten treffe, ist die Essenz zu finden, was es bedeutet, im Leben zufrieden und glücklich zu sein und was macht einen glücklich und zufrieden über lange Frist. Weil das Leben ist nochmal ein Marathon. Und ich würde euch bitten, einfach das zu teilen, die Message zu teilen, den Kanal so ein bisschen auch uns zu helfen, bekannter zu machen. Einfach, dass mehr Leute was davon haben. Weil wenn es euch hilft, wird es sicherlich auch anderen Leuten helfen, die gerne auch mal reinhören und zuhören. Und die Lebensgeschichte der einzelnen Persönlichkeiten, die wir hier im Podcast auch in Zukunft haben werden, eben einfach hören, mitbekommen und sich dadurch inspiriert fühlen. Also es würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Du bist aber auch sehr sportbegeistert. Nicht nur Sportwagen gefallen dir, sondern was würdest du sagen, warum machst du Sport so? Also angefangen Sport zu machen, habe ich aus dem Wunsch heraus, wie fast jeder junge Mann, stark auszusehen. Das muss man ganz klar sagen. Geiler Punkt. Und so ist das die Wahrheit, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen fangen die meisten an mit Pumpen. Die meisten wollen nämlich gar nicht stark sein oder irgendwie Dings. Man will erst mal stark aussehen, wenn man anfängt mit 14, 15 in der Pubertät. So, da habe ich also jahrelang Krafttraining gemacht, Kraftsport gemacht, gepumpt. Dann irgendwann so Mitte, Ende 20 wollte ich dann auch stark sein und kämpfen können. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Boxen. Ja, okay, das ist ein spannender Ansatz. Genau. Weil genau das ist so ein Punkt, wo ich sage, beim Bodybuilding oder generell beim Pumpen, du sagst ja mit 14, 15 hast du mal angefangen und so. Ja, so circa, ja. So, ich hatte Gott sei Dank damals immer Leute, die gesagt haben, so, fang erst mal an, mach erst mal, bau dir eine Basis auf und so. Und auch viele Jungs, die damals, keine Ahnung, schon in jungen Jahren gestopft haben und so was und super, super breit waren und auch richtig in diesem Bodybuilding-Film waren. Habe ich auch übrigens gemacht, mit Anfang 20 schon. Echt? Ja, ja, habe ich mal Steroide missbraucht mit 21 und habe das bereut. Echt? Ich habe da von Gesundheit die Probleme bekommen und so und es ging voll nach hinten los. Würde ich nicht empfehlen. Überleg mal, Digga, mit 21 bekommst du Gesundheit nicht. Ich wollte schon mit 16, 17 wollte ich schon Steroide nehmen. Habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Aber damals hat dir quasi so dein Umfeld davon auch abgeraten oder warum hast du es nicht gemacht damals? Nö, weiß ich gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Aber hast du so eine Hemmschwelle gehabt noch? Ja, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber ja, also ich habe schon in dem Alter darüber nachgedacht, ja. Ja, krass. Auf jeden Fall, man kommt ja irgendwann an diesen Punkt, okay, man ist in diesem krassen Bodybuilding-Film, du kriegst Respekt, du hast auf einmal ein Bizeps und sowas und klar, kommt auch gut. Man muss es dazu sagen, es kommt meistens eher gut bei den Jungs an und die sagen, ey, krass. 100 Prozent. Wie mit Autos übrigens auch. Mit Autos auch. Es gibt so geile Memes, ne? Also hat sich ein Auto geholt und dann schreiben die Leute dir nur so, ey, geile Felgen und so, das sind nur Jungs. Ja, natürlich, klar. Das ist so witzig. Ich habe so witzige Geschichten, ey. Keine Ahnung, wir hatten damals mal so einen Porsche 997, keine Ahnung, in blau. Und meine damalige Freundin kannte das Auto so, klar, wir sind manchmal mit dem Auto unterwegs gewesen. Dann hatte ich einen Leihwagen gehabt, das war ein TTRS, in dem ähnlichen Blau. Meinst du, die hat gecheckt, dass es ein anderes Auto ist? Wahnsinn. Das ist so witzig. Hat sie nicht gecheckt. Und das ist so der Punkt, eher feiern die Typen nicht für so ein cooles Auto. Und wenn du die Leidenschaft dafür besitzt, kommen eher Leute, die auch diese Leidenschaft haben. Wobei, man muss auch dann wieder sagen, man muss viele Frauen in Schutz nehmen, weil viele Frauen interessieren sich auch für Autos. Und die erkennen natürlich einen Unterschied, ganz klar. Das darf man jetzt auch nicht pauschalisieren. Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Man hat ja gerne Anerkennung von allen Seiten. Also es ist auch eine gute Sache. Aber man tut es aber am Ende für sich selbst. Ja, richtig. Genau. Also bei mir ist es zumindest bei Autos so, ich tue es meistens für mich selbst. Nicht, weil andere Leute jetzt einen GT3 mit Flügel cooler finden, sondern ich möchte das machen, was ich cool finde. Ja, so sollte es auch sein. Wenn ich unbedingt jetzt auffallen wollen und dass andere mich dafür feiern. Klar, gehört dazu. Schönes Auto. Man fühlt sich auch bestätigt darin, wenn andere Leute dein Auto auch cool finden. Ganz klare Nummer. Aber man tut es doch immer eher für sich, glaube ich. Wer aber natürlich diesen Punkt von wegen Bestätigung und Anerkennung komplett abstreitet, der ist unehrlich. Das stimmt. Muss man auch ganz klar sagen. Und das gehört ja natürlich auch zur Stärke dazu, dass man ehrlich ist und das auch ganz offen sagt. Dass man natürlich auch, klar, schau mal, du trägst auch eine schöne Uhr und alles drumherum. Das macht man natürlich auch aus diesen Gründen. Auch natürlich. Absolut. Und Thema Bodybuilding. Irgendwann kommt man halt an diesen Punkt, wo man sagt, okay, um jetzt nochmal diesen Sprung zu machen und mit den Jungs gleich zu ziehen, die Stoffen musst du ja auch Stoffen. Ja, genau. So weißt du, was ich meine? Klar. Weil da geht es ja irgendwann rein um Volumen, um Optik und einfach bereit sein. Ja, klar. Bodybuilding ohne Stoff ist ja... Ich glaube, das ist so der extremste Sport, wo du ab einem gewissen Punkt, wenn du wirklich Richtung Profi oder Richtung guter Amateur, was weiß ich, gehen willst, auf jeden Fall dopen musst. Ja, ja, klar. Andere Sportarten, keine Ahnung. Ich finde, Kampfsport ist ein gutes Beispiel. Es gibt Jungs, denen siehst du das 0,0 an. Die machen das aber schon seitdem, die acht Jahre alt sind, weil der Papa das schon gemacht hat und die Familie, die Kampfsportfamilie ist und Papa ist Trainer oder was weiß ich. Und dann kommt so ein Typ und weiß genau, wo deine Punkte so sind und kann dir einfach derbe wehtun. Ja. So weißt du, was ich meine? Ja. Das ist bewonnenswert. Und der kann das 24 Stunden lang machen. Ja. Und du bist einfach schon nach 30 Minuten platt so. Weißt du, was ich meine? Und das ist wahre Stärke, ja. Genau, und du machst mit dem vier, fünf Runden und realisierst so, der hat einfach ein anderes Auge. Der hat einfach ein anderes Gefühl so für seinen eigenen Körper und für Distanz und sowas, was ja im Boxen zum Beispiel extrem wichtig ist. Oder wo ich das auch krass merke, so Brazilian Jiu-Jitsu beim Ringen, wo die Leute genau wissen, wie sie den Schwerpunkt verlagern, wie sie auch dein Gewicht nutzen, um dich selbst quasi außer Gefecht zu setzen. Das ist so spannend. Und das, finde ich, entsteht erst so richtig, wenn du das über Jahre machst. Und da haben die Jungs einfach einen riesen Vorteil, wenn das schon ins Fleisch so übergegangen ist bei denen. BJJ habe ich noch nie ausprobiert, aber es steht auch auf der Liste. Ist sehr, sehr spannend. Ich glaube auch langfristig für uns, ich sage mal für Leute, die eher den Anreiz haben, in anderen Bereichen des Lebens. Wir wollen ja keine Profikampfsportler werden. Auf gar keinen Fall. Wir wollen eher so dadurch ein Selbstbewusstsein haben, dadurch einen gewissen Auftritt haben und natürlich auch, ich würde sagen, dadurch einfach anders wahrgenommen werden. Wichtiger Punkt auch für mich, Stress abbauen und gesund bleiben. Absolut. Ja. Vor allem beim Kampfsport. Pumpen ist irgendwann so, du kommst an so eine Grenze, du machst zehn Wiederholungen. Ich habe auch meine Gelenke geschädigt, muss ich auch sagen. Das kommt auch noch dazu. Das merke ich jetzt dann auch mit fast 30. Jetzt merke ich doch schon, dass ich da mit Anfang 20 so viel Gas gegeben habe und immer zwei, drei Wiederholungen mit übelsten Gewichten und so. Also habe ich jetzt dann doch schon immer hier ein Wehwehchen und da ein Wehwehchen. Aber ja, alles hat seinen Preis. Ja, ne? So ist es, ne? Darf ich auch noch einen Schluck haben? Sehr gerne. Vielen Dank. Und wann kam bei dir so Kampfsport dazu? Also du hast so angefangen zu pumpen mit 14, 15? Ja, Mitte, Mitte, Ende 20 erst. Ich habe erst so mit, ich glaube mit 27 habe ich angefangen zu boxen. Ja. Relativ spät also. Ja. Habe aber doch eigentlich relativ schnell Fortschritte gemacht, wie ich finde. Safe. Würde gerne noch schneller mehr Fortschritte machen, aber habe natürlich meinen Fokus immer weiter auf meine Karriere und meine Familie. Ja. Das ist viel wichtiger für mich. Absolut. Und schaffe es deswegen jetzt nicht jeden Tag zum Boxen, aber trotzdem bin ich fleißig dabei und ich finde, es geht ganz gut voran. Wie du schon sagst, ist eigentlich der geilere Ausgleich, weil das immer ein Ganzkörpertraining ist. Mhm. Du bist immer in so einem gewissen Tonus, als jetzt dieses klassische Pumpen mit so einem Vierer-Fünfer-Split, was weiß ich, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt. Also beim Pumpen schwitze ich auch zum Beispiel noch nicht mal. Das ist schon gar kein richtiger Sport mehr irgendwie. Ich komme nicht ins Schwitzen, meine Herzfrequenz geht nicht hoch. Das heißt, die kardiovaskuläre Gesundheit und Fitness wird nicht verbessert. Es ist einfach nur ein Hypertrophietraining und klar, die Muskeln werden größer, aber den richtigen gesundheitlichen Nutzen oder ausdauertechnischen Nutzen hat es jetzt nicht. Nee, das stimmt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und auch dieses Gefühl von wirklich ausgepowert sein und was getan zu haben, ist natürlich beim Kampfsport ein ganz anderes. Ja, ja. Was da, wie da die Suppe runterläuft, ist natürlich... Und du weißt, dass kardiovaskuläre Probleme die häufigste Todesursache sind, noch vor Krebs. Das stimmt. Da aber denkt man auch nicht nach mit Anfang 20. Das stimmt, da hast du recht. Aber dann auf einmal denkt man irgendwann doch darüber nach. Ja. Und das ist wieder auch ein Punkt, der ihn dazu bringt, natürlich lieber richtig ins Schwitzen kommen, den Puls richtig hochtreiben, anstatt immer nur aufpumpen und fressen und Hähnchen und Reis und pumpen und fressen. Ja, das ist natürlich einfach ein absoluter Verschleiß. Und da bin ich ganz bei dir. Also, was auch wichtig ist, was viele vergessen, Kampfsport hat einen sehr, sehr großen mentalen Aspekt. Ja, viel größer als Kraftsport. Über seine Ängste hinaus zu gehen, auch mit Leuten, die besser sind, als du im Ring zu stehen, weil nur so wächst du. Und das ist quasi eigentlich das Leben in Kurzform. Ja. Weißt du, was ich meine? Genau. Und ich glaube auch, und da bewundere ich wirklich Leute, die, also ich bewundere jeden, der schon mal wirklich in den Ring gestiegen ist und einen richtigen Kampf gemacht hat. Meinen größten Respekt davor, jedem. Und ich glaube, dass man, wenn man das oft erlebt hat und zum Beispiel vielleicht 50 oder 100 Kämpfe, also wirklich viel da gemacht hat, dann kann einem ja gar nichts mehr schocken. Das heißt, wenn man das erlebt hat, ist ja alles andere im Leben super leicht, glaube ich. Es ist vieles wird einfacher. Genau. Ja, definitiv. Und das ist natürlich, ja, super geil und ein Riesenvorteil, ne? Im Leben geht es ja eigentlich oft für den Mann zumindest darum, so viele Ängste wie möglich abzulegen. Das heißt, frei zu sein. Ja. Vom Denken, vom Kopf und dann auch diese Entscheidung dementsprechend frei zu treffen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, Kampfsport hilft einem extrem dabei. Deswegen empfehle ich auch eigentlich jedem, der so sagt, ey, keine Ahnung, ich habe Probleme in den und den und den Bereichen. Ich empfehle eigentlich jedem irgendwo sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Es muss nicht Boxen sein. Man muss sich nicht aufs Maul hauen. Guck mal, zum Beispiel bei Brasilien Jiu-Jitsu ist es so oder generell bei Kampfsport, was viele Leute unterschätzen, man muss intelligent sein, um gut zu werden im Kampfsport. Du musst zwar auch animalisch quasi ein Typ sein, der Gewalt liebt und zur Gewalt neigt, weil das liegt in uns. Das liegt in uns, weil wir über Jahrmillionen natürlich auch überleben mussten. Weißt du, wir mussten gegen wilde Tiere kämpfen, die tausenden Generationen vor uns. Das heißt, das liegt in unserer DNA zu kämpfen. Kleines bisschen noch. Ja. Kleines bisschen noch. Bei manchen schon zu. Es wird immer weniger. Man muss sagen, man... Auf jeden Fall. Das ist ja wieder diese Geschichte, wozu werden wir erzogen in dieser Gesellschaft. Auf jeden Fall nicht mehr, um stark für sich selbst zu sein. Weißt du, was ich meine? Leider nicht, ja. Man wird dahingehend erzogen, einfach zu funktionieren. Ja. Und dieses stark für sich selbst sein und das zu tun, was für dich, für deine Seele, für dich als Menschen eigentlich richtig ist, für deine Leidenschaften, das wird ja vielen Leuten aberzogen. Und dadurch werden viele Ängste aufgebaut. Und wie gesagt, Kampfsport ist etwas, was ich ja deswegen auch so empfehle. Und wenn man sich mal Brazilian Jiu-Jitsu anguckt, sehr, sehr spannend. Es gibt so richtige... Es gibt Leute, denen siehst du das einfach nicht an, dass die überhaupt Kampfsportler sind. So, die sehen eher aus wie so Nerds. Aber die sind sehr intelligent. Und Brazilian Jiu-Jitsu ist so ein technischer Sport. Du hast so viele Griffe, so viele Möglichkeiten, einen Gegner außer Gefecht zu setzen. Weil beim Boxen, du hast zwei Hände, zwei Fäuste, quasi mit denen du dich schützt und mit denen du gleichzeitig austeilst. Bei Brazilian Jiu-Jitsu, da setzt du von Kopf bis Fuß eigentlich alles ein, um Hebel zu machen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, um dann einen Gegner außer Gefecht zu setzen. Beim Boxen ist es ja so, klar, du hast auch viele... Wenn du ein guter Boxer bist, hast du natürlich viele Waffen. Du hast ein Arsenal, du hast Haken, du hast gerade Schläge, du kannst zum Körper gehen. Deine Beinarbeit ist entscheidend. Es sind natürlich sehr, sehr viele. Es ist auch eine Wissenschaft für sich. Aber ich finde, in Brazilian Jiu-Jitsu, da arbeitet dein Kopf einfach so krass mit. Und deswegen ist es so eine extrem spannende Kampfsportart. Muss ich ausprobieren. Ja, safe. Also da finde ich, wenn du ein intelligenter Mensch bist, zeigt es sich noch viel mehr als beim Boxen. Beim Boxen hast du auch viele Leute, die ein gutes Niveau erreichen können, die einfach Know-Hower sind. Ja. So, die einfach sehr, sehr gewaltbereit sind und sich gut hauen können. Und auch einstecken können. Weißt du, was ich meine? Bei Brazilian Jiu-Jitsu bringt dich das nicht so viel weiter. Da kommst du viel schneller an deine Grenzen, wenn du mit roher Gewalt vorangehst. Beim Boxen ist es eher so, wenn du körperlich dafür gemacht bist und ein gewisses Talent besitzt und einfach so ein gewaltbereiter Typ bist, kommst du viel... Auch ohne super Technik. Ja, kommst du viel weiter und kannst ein gewisses Niveau erreichen und die Leute haben ja dann... Also du kannst dir viel mehr Respekt verschaffen quasi mit einfach nur Brutalität und Kraft und harten Schlägen und sowas. Deswegen ist Boxen auch teilweise, muss man sagen, ein gefährlicher Sport, weil du sehr viel auf den Kopf bekommst. Ja. Und dann Hirnblutung und so weiter und so fort. Da muss man natürlich immer aufpassen. 100 Prozent. Bei Brazilian Jiu-Jitsu gibt es auch viele Leute, die 60, 70, 80 Jahre alt sind und das Ding immer noch so auf sehr, sehr hohem Niveau betreiben. Wirklich? Ja, safe. Kaum zu fassen, dass deren Knochen das noch aushalten. Ja. Wahnsinn. Ja, weil es halt, weil es so technisch ist. Die haben diese kleinen Griffe. Die können dir wehtun so mit kleinen Sachen. Weißt du? Beim Boxen musst du halt sehr fit sein. Da kommt es viel, 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 viel mehr auf deine körperliche Fitness und Toughness an. Und wie gesagt, beim anderen ist es so mehr Kopf, Mental, so weißt du? Techniken. Das ist halt sehr, sehr spannend. Ja, safe. Genau, du machst auch einen eigenen Podcast, ne? Ja, richtig. Erzähl mal so ein bisschen was drüber. Gemeinsam mit meinem Freund Mats Christensen, den du ja auch kennst, unser gemeinsamer Freund, machen wir einen Podcast, der nennt sich High Pressure Podcast. High Pressure, weil wir uns selbst immer viel unter Druck setzen, wie alle Unternehmer, die was erreichen wollen. Daher rührt der Name. Und ja, wir machen wechselhafte Folgen. Manchmal interviewen wir uns gegenseitig, so wie wir beide uns jetzt erzählen, einfach aus unserem Leben. Quatsch über tagesaktuelle Sachen. Ja, genau, tagesaktuelle Sachen, aber auch alte Geschichten und lustige Geschichten, was wir so erlebt haben. Und wir laden aber natürlich auch interessante Gäste ein, wie dich zum Beispiel. Das war richtig cool. Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Letztens hatten wir auch einen sehr interessanten Gast, und zwar John A. Light, ein ehemaliger Auftragsmörder von der Mafia aus Amerika, der jahrelang im Gefängnis saß und der war auch bei uns Podcast zu Gast. Den haben wir interviewt. Und ja, viele, viele weitere spannende Gäste, Experten aus allen Gebieten, wirtschaftliche Gebiete, Sportgebiete, Handel, Künste. Das machst du rein so nebenbei, ne? Ja. Das machen wir einfach nur aus Spaß. Krass. Einfach nur aus Spaß. So wie ich hier. Ja, genau. So wie wir hier. Einfach was hinterlassen. Wenn wir morgen weg sind, können sich die Leute vielleicht dann die Videos angucken. Ja, und überleg mal jetzt, wenn wir uns jetzt in zehn Jahren das Video wieder anschauen. Super geil. Ja, ja, ich freu mich drauf. Ja, ist echt cool. Was kommst du aus dem Gespräch mit diesem, weil er ist ja auch ein Mensch, der, ich sag mal, ich sag mal, wer ist, also es gibt, guck mal, es gibt vielleicht Menschen, die sind super Boxer, es gibt Menschen, die sind gute Geschäftsleute, aber so Auftragsmörder. Ja, dieser Mann ist ein Mörder. Krass. Hat er auch offen erzählt, wie er Leute so gekillt hat und so? Ja, genau, hat er. Und das muss man natürlich ganz offen sagen. Ich hab ihn auch gefragt, wie das Gefühl für ihn war, als er das erste Mal jemanden umgebracht hat und so weiter und so fort. Die Antwort gibt's im Video, könnt ihr euch gerne anschauen. Was ich aus dem Gespräch mitnehmen konnte, dass ich auf jeden Fall keinen Menschen umbringen will, das wusste ich aber vorher auch schon. Was ich dazu sagen muss, über diesen Mann gibt es viele, wie sagt man, ja, viele böse Zungen auch. Der hat wohl dann auch ausgesagt gegen seine Freunde. Ich möchte mich hier an dieser Stelle auch einmal ganz klar davon distanzieren. Also wir sind keine persönlichen Freunde oder Sonstiges. Wir haben diesen Mann eingeladen in unserem Podcast als neutrale Interviewer. Heißt nicht, dass du das geil findest oder kröpisch? Genau, ich halte nichts von Verrat und ich halte auch nichts davon, irgendwie Leute ans Messer auszuliefern, aber das muss jeder selber mit sich ausmachen. Abgesehen davon konnte ich aus diesem Podcast einfach nur mitnehmen, dass diese Mafia-Welt damals da in New York wohl anscheinend sehr verlogen ist. Anscheinend haben die sich alle gegenseitig verraten und diese ganze Loyalität und so. Und dieses Omerta-Prinzip, von dem die da immer alle faseln, das war, glaube ich, dann mehr heiße Luft. Das konnte ich so mitnehmen für mich. Und das sehe ich natürlich auch, kriegt man natürlich auch manchmal mit von allen möglichen Seiten. Hundert Prozent. Das ist, also ich glaube, diese Verbrecher-Ehre und diese Diebes-Ehre und Loyalität, ich glaube, das ist meistens eher so ein bisschen Romantik und in der Realität, wenn die Leute dann da irgendwo vor dem Richter sitzen, wird es dann schwierig. Deswegen bin ich froh, dass ich nichts damit zu tun habe. Ja, Gott sei Dank, Mann. Ja. Dass wir das nicht nötig haben. Ja, genau. Muss man echt sagen. Richtig. Ich glaube, Kriminalität unter Kriminellen unterschätzen viele. Also, weil die wissen natürlich, Kriminelle können nicht einfach zur Polizei gehen und das Thema ist ja auch so ein Ding. Deswegen ist diese Hemmschwelle niedriger, glaube ich, für die Jungs, die gewisse Sachen auch über die Leute wissen, mit denen die diese Geschäfte machen, ja, einfach krumme Dinge untereinander abzuziehen. Und das ist ja der beste Beweis quasi dafür. Und wie du schon sagst, wenn man dann wirklich, wenn dann einem, keine Ahnung, in Amerika teilweise Todesstrafe droht, überlegst du dir natürlich dreimal, ob du dein Leben opferst oder lieber sagst, wie es war und dann andere Leute in die Scheiße mit reinreitest. Ja, ich glaube, langfristig führt so ein Lebensweg immer entweder ins Gefängnis oder in den Tod. Ja, ist so. Also, statistisch gesehen ist es so, ne? Sag mal, wir kommen langsam so ans Zeitlimit. Ich könnte mit dir wirklich so lange noch weiterquatschen. Aber erzähl mal so ein bisschen, vielleicht die lustigsten oder krassesten Tattoo-Geschichten. Weil wir haben vor dem Podcast so ein bisschen auch gequatscht. Das wäre nochmal spannend, glaube ich. Na schau mal, also da gibt es eine ganze Reihe an Geschichten, aber die, die jetzt gerade noch präsent in meinem Kopf ist, ist folgende. Ja. Ein Stammkunde kam zu mir mit einem Bild von einem gut aussehenden Mann mittleren Alters und hat zu mir gesagt, kannst du mir das Porträt bitte hier auf meinen Oberarm tätowieren? Ja. Ich habe gesagt, na klar, kein Problem. War auch ein gutes Foto. Ich wusste, ich kann das gut umsetzen. Habe also meine Vorlage gemacht, aufgeklebt, tätowiert. Und beim Tätowieren frage ich, du, ist das eigentlich dein Opa oder wer ist das? Er sagt, nein, nein. Er sagt, nein, nein, das ist so ein iranischer Volksheld. Ich sage, ah, okay. Mach weiter. Habe mir nichts weiter dabei gedacht. Habe das Tattoo fertig gemacht, gepostet und am nächsten Tag öffne ich Instagram und da steht, mein Account wurde eingeschränkt, der Post wurde gelöscht, ich habe voll viele Hassnachrichten bekommen. Ich denke, was ist denn hier los? Krank. Auf einmal habe ich herausgefunden, dass dieser Mann halt von der USA als Terrorist eingestuft wurde und per Drohnenangriff getötet wurde. Krass. Ja. Und ja, dieser Mann war Hasem Soleimani, für die, die ihn vielleicht kennen und ist wohl ein General vom iranischen Militär. Ich persönlich weiß nicht genau, was der gemacht hat oder ob der wirklich so ein böser Mann ist, aber von Seiten, aus dieser Richtung, sage ich mal, also dem Meta-Konzern, einem US-amerikanischen Unternehmen. Die westliche Welt. Genau, wurde er als Terrorist eingestuft und ich habe deswegen ganz schön auf die Mütze bekommen bei Instagram, ja. Krass, Alter. In Zukunft frage ich lieber vorher nach. Aber sensibilisiert dich sowas wirklich dann? Ja, doch, natürlich, klar, weil das ist wichtig für mich. Ja, also ich glaube so, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er will, keine Ahnung, Hitler oder sowas tätowiert haben. Ja, da bin ich raus. Da bist du ja sowieso raus. Nein, das mache ich nicht. Aber bei sowas ist es schwierig, ne? Ja, klar. Also ich dachte halt wirklich, es wäre sein Opa. Oder ja, so Sprüche und sowas, ne? Ja. Auch solche Sachen. Ja, ja, da kann man schon schnell ein Fettnäpfchen treten. Aber ich habe zugelernt über die Jahre. Die meisten Fettnäpfchen habe ich schon mitgenommen. Geil. Ja, deswegen. Ja. Ich hoffe, es folgen keine, nicht mehr viele. Also bei dir geht es jetzt weiter quasi, du willst dein Tattoo-Business natürlich weiter ausbauen. Genau. Möchtest du weitere Studios aufmachen? Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ich will meinen Laden immer schöner machen, immer bekannter machen. Und ich will selber immer besser tätowieren können. Geil. Und immer mehr junge Talente ausbilden und jungen Tätowierern dabei helfen, besser zu werden. Hast du auch Kurse, ne? Genau. Hast du auch Online-Kurse oder ist es so, dass die Leute dann quasi bei dir immer einen persönlichen Kurs, wo du auch selber vor Ort bist? Das biete ich beides an. Ich mache Live-Seminare seit 2017 schon. Habe bestimmt über 500 Teilnehmer schon gehabt bei den Live-Seminaren. Mein Online-Kurs, da habe ich schon über 750 Teilnehmer mittlerweile. Also da habe ich echt schon sehr, sehr vielen jungen Menschen geholfen. Ob jetzt jeder davon professioneller Tätowierer wird, denke ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass viele es geworden sind. Und viele, die auch schon bei mir auf den Seminaren waren, in jungen Jahren, arbeiten jetzt bei mir im Laden. Das wollte ich nicht mehr fragen. Das wollte ich nicht mehr fragen. Genau. Also da weiß ich de facto, dass ich Leuten eine Perspektive geboten habe und denen auf jeden Fall eine richtige Karriere geben konnte und denen geholfen habe, einen richtigen Lebensweg zu finden. Da bin ich auch froh drüber und die sind mir dankbar und ich weiß, das ist was Gutes, was ich damit gemacht habe. Auch wenn ich weiß, dass wiederum manchen das nicht gefällt, dass ich das mache. Das ist mir aber egal, weil ich weiß, dass ich da etwas Gutes tue. Oder zumindest kann man ja sagen, man geht am Ende raus und hat wirklich 95, 98 Prozent der Leute wirklich was mitgegeben. Genau. Richtig. Und für einige... Ich vermittel da wirklich Werte. Ja. Das ist halt geil. Ja. Feierlich. Und ich glaube, das ist eine gute Message. Ja. Aber du weißt, wie das ist. Es gibt immer dann Leute, die von der Seite... Und dann... Ja, normal. Ja. Gibt es immer wieder. Egal, was man macht im Leben. Ja. Allen kann man es nicht recht machen. Ja, genau. Richtig. Das ist auch nicht unser Anspruch. Richtig. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall zwei, drei weitere Podcasts. Machen wir gerne, mein Lieber. Du bist echt ein cooler Typ, Mann. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Mach einfach genauso weiter. Ich glaube, du machst deinen Weg, Diggi. Ja. Und hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, endlich mal uns zusammenzusetzen. Letztes Mal war ich krank. Davor war... Keine Ahnung. Das ist immer schwierig, ne? Ja, ja. Aber sehr, sehr geil, dass es geklappt hat. Arte, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Bro. Danke für die Zeit. Danke für die Einladung. Ja. Leute, checkt es ab. Abonniert den Kanal auf jeden Fall. Ja, Mann. Vielen Dank für eure Zeit. Es freut mich auf jeden Fall. Danke, Mann. Leute, schön, dass ihr bis jetzt noch dabei seid. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, die Themen, die wir besprochen haben, und wenn ihr der Meinung seid, das würde vielen anderen Leuten auch helfen, hier mal reinzuschauen und reinzuhören, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr natürlich teilt, wenn ihr fleißig die Message weiterverteilt und euren Liebsten oder euren Freunden auch eine kleine Hilfe oder Inspiration dadurch stellt, für deren Leben, für deren Weiterkommen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.